Oh, mein Gott. Wieder eins, äh, eins unserer Stacks verloren und das schon beim ersten Gegner. Beim ersten Boss. Boah. Kacke. Ai, hat sie. So sieht's aus. Ähm, warte mal. Naja, das ist ja klar. Ähm, ähm. Nehmen wir mal doch, äh, noch ein bisschen mehr Leben mit. Gucken wir mal. Ich hab die Hydra mit den Handschuhen noch nicht besiegt. Okay. Time to change this. Hot up here. Ja, was ist denn Hermes? Hermes ist gut. Wenn ich jetzt noch einen Bonus-Dash oder sowas bekomme bei Hermes, das wär richtig gut. Wo bist du? Hermes. Äh, Angriff ist schneller nach deinem Sport. Das ist ein unbeugsamer. Oh, ja, das ist auch mit. Interessant. Ähm, war nie. Ja, doch, das kann man mal mitmachen. Ach, du Scheiße. Ja, okay. Das ist richtig. Oh, das ist okay. Was haben wir? Upgrade, Artemis oder Geld. Ich nehm, glaub ich, das Upgrade mit. Mit Glück krieg ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Crit-Schaden. Oder Crit-Chance. Definitiv, halt. Hallo. Hallo, da. Next. More Punching-Practice, then. Zack. Äh... Fishing-Spot. Fishing-Spot. Schön in der Lava fischen. Stache Schaltier. Hat man ja schon. Kennen wir ja schon. Ähm... Beides kacke, dann nehm ich lieber... Also, weil das nicht so... Nicht so wichtig für den Run, sagen wir es mal so. Dann nehm ich lieber den... Finsternis-Gedöns mit. Das Finsternis-Gedöns mit. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh no. Höör. 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 Ah, raus aus dem Feuer. Oh, obala, da habe ich dich auszusehen gerade. Egal, Todeswachtung wieder, neiiiiin. Ah, Shop oder Zeus, Shop, ich habe nur 180. Ach, Zeus da, ne? Komm mal her, okay. Okay, Zeus, ach, nö. Hi, hi. Please be gentle to me. Yeah. Okay. Okay. Hm. Idiot. Oh, ich lebe noch. Ah, so. Ah, so. Nach denen vielleicht was ging auf nütz getroffen. Oh. 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 Gepanzerten. Okay. Das war easy. So, noch mehr Prozent Crit Chance. Wo? Da. Angeln. Got it. Eine Lavaschnecke. Finsternis. Och, Mann. I mean, egal. Egal. Free Room. Shop als nächstes. Och, okay. Heißt noch ein Free Room. Beziehungsweise. Nope. Come forth, Fische. Na komm. Los jetzt. Noch eine Lavaschnecke. Dankeschön. Noch mal Aphrodite. Dann kommt schon die Hydra. I don't know. Ich weiß halt nicht, ob Aphrodite mehr. Komm. I'll take this one. Weniger Schaden ist okay. Nehme ich mit. 13 Prozent vor allem. Gar nicht wenig. Hallo, meine liebe Hydra. Hm. 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 I do not appreciate that. Hallo Okay Aua Das ist eine Lava spuckende Köpfchen Du stehst scheiße, Köpfchen Ich muss öfter dashen Ich bin ja nach dem Dash erstmal unbesiegbar Oh no Wow Ich habe gerade dreimal hintereinander geschossen Das ist ja unlucky Okay, aber ich habe jetzt Mit den Fäusten auch den Diamanten bekommen Danke Komm, hier gibt es bestimmt auch einen Fishing-Spot, oder? Nö Okay, dann nicht How cruel Äh, okay Gehe ich nicht weiter Na gut So Life-upgrade oder upgrade? Life-upgrade, ich brauche mehr Leben Wie ich mit den Fäusten kämpfe, brauche ich definitiv mehr Leben Hm 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 ach so für die falschen abgabe kommen schlüssel oder dingens definitiv den schlüssel ja gut das ist halt anlage jetzt wenn das hat so die perfekten gegnern die ich nicht reinlaufen ja das ist halt jetzt richtig hart an lagina es hat ausgerechnet die explosions fischer sein müssen ich habe 150 der shop lohnt nicht immer noch mal für ein live upgrade das ist halt scheiße das war's oh mein lord ist das unlucky kannst mich auch mal mit einer überraschung da 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 da